Hallo Herr Seekräuter, Hallo Herr Wohnzimmer-Kapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick-Video vom PTS-Update 095 Gameplay. Wenn ihr euch einloggt, dann landet ihr zuerst wieder bei den täglichen Lieferungen. Ihr habt zehn Stück. Hier Tarnung, Credits, Kohle, Dublonen und Premium-Spielzeit. Ihr habt wieder wahrscheinlich 14 Tage lang Zeit, euch zehnmal einzuloggen, um dann alle Konis abzufarmen. Wenn ihr da fertig seid, dann landet ihr wahrscheinlich in Hamburg oder eben hier in Dünenkirchen. Ein von vier überarbeiteten Häfen. Das ist nämlich eben hier der genannte Dünenkirchenhafen, Kronstadt, Designerbüro und Twitch Primehafen. Die bekommen jetzt nämlich das neue Beleuchtungs- und HDR-Modell. Es bleibt aber nicht dabei, sondern es kommen auch noch Karten. Dazu Riposte, Killer Whale, Newport, Raptor und Narai. Die letzten vier genannten sind Operationen, die jetzt das neue Beleuchtungsmodell und HDR bekommen und Riposte ist eine Karte, die kennen wir aus den gewerteten Gefechten. Das nächste, was wir sofort feststellen werden, mit einem bisschen genaueren Hingucken, ist, dass zum Beispiel hier die Seite sich ein bisschen überarbeitet hat, verändert hat. Es gibt nicht mehr diesen Direktivenreiter, obwohl es Direktiven auch in Update 095 gibt. Und da wollen wir jetzt einmal mal reinklicken. Hier ist nämlich bei den Kampfaufträgen jetzt alles aufgebaut. Und ihr kanntet das ja. Vorher war es eher so eine Art Karussellansicht. Und jetzt ist es eben aus meiner persönlichen Sicht etwas übersichtlicher geworden. Wir haben jetzt hier den Reiter wiederkehrend. Das sind eben diese täglichen Aufträge, die sich mit Update 095 auch nochmal ein bisschen verändern. Nicht nur in der Optik der Aufträge, sondern auch in der Art der Belohnung, die man erhält. Und dann geht es eben immer weiter runter. Hier sind jetzt öffentliche Testbelohnungen, die werdet ihr auf dem Live-Server nicht finden. Aber es gibt persönliche, dann gibt es normale Kampfaufträge und eben halt auch die Werftaufträge, die wir dann da finden. Hier an der linken Seite sieht man immer quasi die Auftragsübersicht, die in dem Reiter jetzt zum Beispiel wiederkehrend ist. Oder beim Kampfauftrag sind sechs Aufträge untereinander aufgelistet. Die gehören alle zum Bereich Kampf. Es gibt einen neuen Auftragstyp. Hier zum Beispiel diesen. Erfüllen sie eine Bedingung des Auftrags. Das heißt dann entweder das oder das. Und am Ende führt das beides. Also wenn man nur einen Teil davon erfüllt, dazu, dass dieser Auftrag erfüllt ist. Und man muss einfach immer nur raufklicken. Und das sind hier diese Einzelaufträge. Und es sieht dann ganz genau, wie weit man ist, welche Gefechtstypen man fahren muss, welche Stufen, welche Schiffstypen, welche Nationen und welche Belohnungen man am Ende bekommt. Und wenn man eine Auftragskette hat, dann sieht man da vorne an dem Kettensymbol. Dann sieht man nämlich, hier klickt man hier rauf und dann sieht man, okay, darunter sind vier Aufgaben, die quasi nacheinander erfüllt werden müssen, damit man diesen Auftrag abschließt. Und auch hier ist alles eindeutig aufgelistet. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück zu den Wiederkennenaufträgen gehen, also täglichen Aufträgen, dann seht ihr da oben, wie viel Zeit ihr noch habt, um die täglichen Aufträge zu erfüllen. Auch finde ich persönlich ziemlich geil, dass man jetzt eindeutig sieht, wann dieser Auftrag gesettet wird. Und ihr seht, was ihr so erfüllen müsst. Das sind keine besonderen Aufgaben, die kennt ihr quasi schon. Aber die Belohnungen mit Update 105 könnten sich verändern. Es kommen nämlich neue hinzu. Also es bleiben die alten Belohnungen, aber es wird auch mal Situationen geben, wo zum Beispiel eben Stahl- oder Forschungspunkte hier als Belohnung drinne stehen werden. Wenn ich mich recht entsinne, werden das wohl bis zu 20 Stahleinheiten sein, die ihr da täglich erfahren könnt. Also immer schön die Augen offen halten und vielleicht diese Nebenaufträge mal machen. Die kann man ja auch im Koop erfüllen und 200 Basics oder so eine Sache. Zumindest die ersten sollten einigermaßen gut eben machbar sein. Dann kommen wir einmal hier zu diesem Werft-Event. Ich möchte euch jetzt gleich vornherein weg sagen, die Belohnung, die ihr jetzt hier an der Seite seht oder die Schwierigkeitsgrade, die jetzt hier so ein bisschen drinne stehen, was ihr hier machen müsst. Das sind PTS-Belohnungen und Schwierigkeitsgrade auf dem PTS. Die sind natürlich besonders leicht und die Belohnungen besonders reichhaltig. Ja, einfach um auch Anreize zu bieten, auf dem PTS zu spielen, um diese Mechaniken, die Hintergrundmechaniken von World of Warships zu testen. Das wird so nicht auf dem Live-Server sein. Die Aufgaben werden schwieriger sein und die Belohnungen für Einzelaufgaben weniger attraktiv. Da geht es ja um das Gesamtpaket Odin und Graf Spee, die man als Belohnung bekommt. Deswegen werdet ihr da keine 3.500 Dublonen oder so Sachen bekommen. Aber ihr werdet hier diese Schissbauphasen euch erarbeiten können in diesen, in Anführungsstrichen, Direktiven. Ihr habt auch hier wieder diese vier Direktiven untereinander weg und die werden nacheinander freigeschaltet. Und hier sehen wir dann, was wir erfüllen müssen. Wir müssen sechs Aufträge erfüllen und zwar sechs Stück von irgendwas von dem. Wie leicht ist es auf dem Live-Server nachher, dass man acht von zwölf erfüllen muss oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau, aber am Ende geht es halt immer darum, diese Direktiven zu erfüllen und Schissbauphasen freizuschalten. Das passiert hier mit jeder weiteren Direktive. Da gibt es zwei, hier gibt es nochmal zwei und mit der letzten sogar vier. Und diese Direktiven oder beziehungsweise diese Schissbauphasen nehmen wir mit. Und zwar in diese Werft, die wir jetzt hier gerade sehen. Hier bauen wir die Odin und da hinten drin bauen wir die Graf Spee. Und hier unten ist der Balken mit den Schissbauphasen. Wir haben hier 1 bis 10. Wenn ihr 10 erreicht, bekommt ihr die Graf Spee. Die 50.000 Kohle werden wohl Platzhalter sein für die Graf Spee. Da wird dann die Graf Spee drin sein, nicht die 50.000 Kohle. Und wenn ihr 20 Schissbauphasen abschließt, dann bekommt ihr die Odin und wahrscheinlich nicht die 100.000 Kohle. Nur mal so, damit ihr es wisst. Ich habe in dem Video, was ich vorher zur Werft gemacht habe, noch gesagt, dass es eventuell diese Belohnung geben könnte, dass die ausgetauscht werden. Ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass diese Belohnung nicht, also die 100.000 Kohle und die 50.000 Kohle nicht dabei sein werden. Dafür werden dann eben die Schiffe da sein. Ganz wichtig ist, ihr könnt 18 Phasen selbstständig über diese Aufgaben, die ich euch eben gezeigt habe, erspielen. Die Phase 19 und 20, die müsst ihr euch erkaufen. Es geht nicht ohne Kaufen, um die Odin zu bekommen. Eine Phase kostet 1.750 Dublon, das heißt 3.500 Dublon müsst ihr ausgeben, wenn ihr die Odin haben wollen würdet. Wargaming setzt jetzt natürlich wieder Anreize, um euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen und dass Wargaming eben ein bisschen Geld verdienen möchte. Das ist ganz klar und darum bieten sie euch ein Starterpaket an und ihr kriegt sofort 8 Phasen geschenkt. Also nicht geschenkt, aber ihr bekommt 8 Phasen freigeschaltet, indem ihr 8.000 Dublonen ausgebt statt 14.000. Also gegenüber dem Einzelkauf sind dann 6.000 Dublonen quasi gespart. Ja, muss jeder für sich selber wissen, ob er dieses Starterpaket nutzen möchte. Es ist aber nur bis zum Abschluss von Phase 1 verfügbar. Ja, also das könnt ihr euch nicht nachher noch entscheiden, wenn ihr schon weiter seid irgendwo, dann verschwindet dieses Angebot. Sondern ihr müsst euch mehr oder weniger gerade von vorne weg entscheiden. Es ist meine persönliche Meinung vielleicht gar nicht mal so verkehrt, da man am Ende sowieso, wenn man die Odin haben möchte, sowieso 3.500 ausgeben muss. Ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, denn ihr werdet auch noch anders belohnt, wenn ihr Dublonen ausgebt und nicht alle Missionen freispielt. Denn wenn ihr quasi Geld ausgebt und Direktiven freischaltet, könnt ihr ja trotzdem immer noch, also diese Level hier freischaltet, könnt ihr ja trotzdem immer noch Direktiven erfüllen und Schiffsbauphasen quasi freischalten. Für jede Schiffsbauphase, die ihr übrig habt, obwohl ihr die Odin dann schon abgeschlossen habt, bekommt ihr am Ende 250 Stahl vergütet. Das heißt, wenn ihr komplett alles kauft, also 29.000 Dublonen in Summe total ausgebt mit dem Starterpaket zusammen, dann könnt ihr bis zu 4.500 Stahl quasi durch das Spielen von Direktiven nochmal freischalten. Ich möchte jetzt gar nicht so viel weiter darauf eingehen. Wenn ihr euch direkt für dieses Werft-Event nochmal interessiert, schaut bitte unser Werft-Video. Ja, da haben wir ganz dediziert uns hingesetzt und haben nur über die Werft gesprochen. Da werden dann auch alle Fragen, denke ich, dazu beantwortet. Sollte das nicht so sein, gerne eine Frage unter diesem Video oder unter dem Werft-Video zu diesem Event eben stellen. Nächster Punkt ist, dass in Update 095, das vergisst man ja schon fast, die russischen Kreuzer ausgetauscht werden. Und zwar wird die Moskva dann ein Spezialschiff, welches quasi verringerte Wartungskosten hat nach dem Gefecht und wandert dann quasi hier in diesem Bereich. Und dafür wird die Alexander Niewski eingesetzt. Ihr werdet die aber nicht geschenkt bekommen, sondern ihr müsst die freischalten mit EP, die ihr auf der Dornskoy habt oder eben mit Free-XP. Okay, und bei der Kotowski ist es genau das gleiche. Die Kirov geht raus, wird ein Premium-Schiff und die Kotowski wird dafür eingesetzt. Wenn ihr beide Schiffe, also die Kirov und die Moskva, freigeschaltet hattet, ja, dann bekommt ihr die Schiffe quasi einfach so geschenkt. Ihr müsst sie aber nur freigeschaltet haben. Ihr müsst sie nicht im Hafen stehen haben. Das heißt, jeder von euch, der jetzt diese beiden Schiffe im Hafen hat, sollte vor dem Update 095 beide Schiffe verkaufen, damit er die Credit-Punkte bekommt. Ihr bekommt ja dann 50% der Credit-Punkte des Schiffes und quasi ein Tag nachdem, also wenn das Update aufgespielt hat, bekommt ihr die Schiffe wieder und dann für geschenkt, für Lau. Ja, deswegen ist vielleicht nochmal ein Tipp, verkauft vorher die Schiffe, wenn ihr Credit-Punkte-Mangel habt und mitnehmen wollt unbedingt. Den nächsten Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte, ist die Waffenkammer, die wir jetzt hier haben und die hat sich gänzlich überarbeitet in dem Update 095. Wir haben jetzt hier einen ganz anderen Bereich. Ihr seht, wir haben hier nur noch Symbole, kein Text mehr. Das ist deutlicher klickbar und die ganze Optik ist hier jetzt anders. Wir fangen mal oben rechts an. Hier gibt es jetzt ein Suchensymbol. Hier kann man jetzt sozusagen India eingeben und dann findet man alles, was irgendwie mit India anfängt. Also India Delta, India X-Ray und so weiter. Das sind die Forschungspunkte-Bereiche, wo man Signalflaggen dann für Forschungspunkte bekommt, springt man sofort dahin. Oder wenn man hier eben für Kohle oder Credit-Punkte sich die Signale kaufen möchte, springt man halt hier hin. Muss man einfach nur klicken. Dann gibt es eine Notification, also einen Benachrichtigungsbereich und eben die Übersicht der Coupons, die Sie hier auch nochmal überarbeitet haben. Was man alles hier so für Möglichkeiten hat, für Verbesserungen, Ressourcenschiffe, Dublonenschiffe und, 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 und. Ressource Kohle, Ressource Dublon. Das ist alles schön deutlich aufgeführt. Hier sind wieder die Währungen, die wir so haben. Die Marken und Stahl und Kohle und hast du nicht gesehen? Und dann gibt es hier nochmal diese Wallet oder die Portemonnaie. Okay, und da kann man das auch nochmal schön aufgelistet sehen, wie viele Clanmarken, gewertete Marken und so weiter man eben hat. Wie der Kurs ist, der Umrechnung von Stahl und Kohle, sind alle Informationen nochmal zentral, ja, aufgeführt. Dann hier ist der Empfehlungsbereich mit dem Sternchen. Und dann gibt es eben diese Schiffe für Ressourcen, ja. Sie haben ein Coupon für diese Kategorie, wird dann oben auch nochmal angezeigt. Hier sind natürlich nicht alle Schiffe drin, die dann auf dem Live-Server zu sehen sein werden. Also das schon mal als Hinweis. Hier fehlen zum Beispiel Stahlschiffe und auch die Möglichkeiten, Stahlressourcen einzulösen. Und das bringt mich eigentlich zu dem Punkt, den ich hier auch nochmal erwähnen möchte, ist, es werden neue Tarnungen hinzugefügt und zwar die sogenannte Stiltarnung. Die blende ich euch nämlich gerade ein und das ist die Tarnung. Das Schiff wird komplett mit Metall überzogen, als ob wie so eine Zinnfigur, könnte man sagen. Und das ist dann für die Yamato, Desmo und Shima verfügbar, kostet 10.000 Stahl und wird Standardwerte haben. Es gibt da also keinen besonderen Wert, der da irgendwie hervorsticht, sondern es ist einfach nur die Optik. Dann berichtet sich besonders an die Kapitäne, die schon sehr, sehr viele Clan Wars gefahren sind und sehr, sehr viel Stahl angehäuft haben. Und es gibt auch hier diese Forschungspunkte, Forschungsbüro-Bereich. Und das bringt uns wieder zu dem Punkt, wir haben ja jetzt seit kurzem die einmaligen Verbesserungen in diesem Forschungsbüro reinbekommen und die werden sich verändern. Und zwar werden für die Schiffe Yuyang, Chabarovsk, Wuster, Desmoins, Henry, Großer Kurfürst, Montana, Republik und Shimakase die Module voraussichtlich mit 0.95 eben überarbeitet werden. Dafür haben wir ebenfalls ein separates Video gemacht, wo ihr euch komplett nochmal informieren könnt, was sich ändert und wie es sich ändert. Ja, und ja, die werden dann hier halt auch Einzug halten. Weiterer Punkt ist dann hier der Bereich, das ist dann wieder der Themenbereich. Wir haben ja gerade das russische Thema, wenn man dazu sagen möchte. Und auch hier wird es dann wahrscheinlich wieder so eine Bündel Geschichten geben. Oh, sogar mit Video hier, wo man sozusagen mit einem bisschen Lack sich dann hier die Sachen ein zufälliges Paket erwürfeln kann. Wieder für die 500 Dublonen ist hier halt das übliche. Aber es ist jetzt auf jeden Fall mal netter animiert. Also auf die Optik wurde hier ein bisschen Wert gelegt. Ja, hier gibt es jetzt Platzhalter, Texas, Marblehead und Oktoberrevolution. Ich vermute, da werden nachher andere Schiffe sein, die ihr dann damit eben als Vorabzugang freischalten könnt. Ihr könnt mir vorstellen, dass da vielleicht dann auch die Petropos Lost mit dabei ist. Weiß ich nicht genau, das ist nur meine persönliche Vermutung. Ja. Der nächste Punkt in meiner Liste, den ich hier für das Update 005 notiert habe, ist Ranked Sprint. Also gewertete Sprints wird es wieder geben in dem Update-Zyklus. Und zwar gibt es einen am 24.06. bis zum 6. Juli. Ja, der wird 8 gegen 8 ausgetragen. Also wieder ein kleineres Team als früher. Auf der Stufe 8 und im Modus Herrschaft. Also nicht mit Wettrüsten und solche ganzen Geschichten. Und es wird zwei Clan-Brawls geben. Einen am 20.06. im Modus 3 gegen 3 auf der Stufe 10. Erlaubt sind nur Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer. Und am 4.07. ein 4 gegen 4, nur T-8 Schiffe. Und dann darf nur jedes Schiff, also jeder Schiffstyp einmal benutzt werden. Sind dann also auch Flugzeugträger wieder mit dabei. Das ist vielleicht nochmal für den einen oder anderen ein Hinweis, dass ihr euch an dem Tag, ja, frei haltet, wenn ihr denn an dem Tag unbedingt World of Warships spielen möchtet. Und dann gibt es noch einen Punkt, den ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar wird für die Schiffe Goliath und eben die Kleber die Event-Tarnung quasi als permanente Tarnung eingeführt. Ihr könnt euch ja vielleicht noch daran erinnern, gerade die britischen Kreuzer sind ja Anfang des Jahres erst gekommen. Und da gab es dann diese Premium-Tarnung viktorianisches Weiß. Ja, die kann man, die konnte man da erspielen und in den Containern finden, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt ist sie dann halt hier auch verfügbar für 5000 Dublonen. Hat dann die Werte einer normalen Typ 20 Premium-Tarnung. Aber halt eine andere Optik. Ja, ich persönlich finde die eigentlich ziemlich cool mit diesem viktorianischen Weiß. Ist aber nur meine Meinung. Von daher könnte ich mir vorstellen, wenn ich dann irgendwann mal die Premium-Tarnung hierfür haben möchte, dann ist mir dann auch die besondere Hohle. Und bei der Kleber gibt es eben diese Tarnung mit diesen französisch runterhängenden französischen Flaggen, die dann an den ganzen Reding so verteilt waren und so weiter. Und die Grund-Tarnung war eben in der Farbe Blau. Gut, ich denke, ich habe euch jetzt alles einmal so ein bisschen gezeigt, was sich in Update 095 auf dem Live-Server verändern wird. Es wird sicherlich noch weitere Änderungen geben, auf die wir jetzt nicht weiter eingegangen sind. Eine davon wird wahrscheinlich die Änderung sein, dass die deutschen Zerstörer eine Viertelpenetration bekommen, also die 128-Millimeter-Geschütze, dann 32-Millimeter-Panzerung durchschlagen können und die 150-Millimeter-Geschütze, dann sogar 38-Millimeter-Panzerung und das alles ohne Trägherzünder für Sprenggranaten. Das finde ich persönlich ebenfalls eine relativ sinnvolle Veränderung bei den deutschen Zerstörern und eigentlich auch logisch, wenn man sich die ganzen deutschen Schiffe so anguckt, die ja überwiegend alle ein Viertelpenetration haben. Gut, das ist das gewesen, was wir euch sagen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, uns gerne weiterempfehlen. Auch bei Twitch könnt ihr vorbeischauen oder bei Facebook und Mixer, wo wir überall sind, Instagram, Twitter. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns da ein Follow da lasst, um uns ein bisschen zu unterstützen. Vielen, vielen Dank im Vorwege und ich danke jetzt für eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Haut rein, euer Secret-Team, euer Andi. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.